Das römische Papstum durch Krieg und Betrug groß geworden, durch Krieg und Betrug groß geblieben, hat im 20. Jahrhundert entscheidend die Heraufkunft aller faschistischen Staaten gefördert, am meisten begünstigt, aber gerade der schlimmste Verbrecherregime, das des Antipavlitsch in Jugoslawien. Dieser ehemalige Rechtsanwalt aus Zagreb, der in den 30er Jahren meist in Italien seine Banden trillte, ließ 1934 in Marseille König Alexander von Jugoslawien ermorden, wobei auch der französische Außenminister fiel, feierte zwei Jahre später in einer Denkschrift Hitler als Deutschlands größten und besten Sohn und kehrte 1941 von Mussolini mit Waffen und Geld ausgerüstet beim deutschen Einmarsch in Jugoslawien dorthin zurück. Als absoluter Despot beherrschte Pavlitsch in sogenannten unabhängigen Kroatien drei Millionen katholische Kroaten, zwei Millionen orthodoxe Serben, eine halbe Million bosnische Moslems sowie zahlreiche kleinere Volksgruppen. Im Mai trat er fast die Hälfte des Landes in aller Form an seine Angrenzer, besonders an Italien ab und wurde dort, wie wohl wegen des Doppelmordes von Marseille, von Jugoslawien und Frankreich, zweimal in Abwesenheit zum Tod verurteilt, in besonders feierlicher Audienz von Bius XII. empfangen und gesegnet. Der große Faschistenkomplize entließ ihn in freundschaftlichster Weise mit den besten Wünschen, so wörtlich, für die weitere Arbeit. Darauf begann ein katholischer Kreuzzug, der den schlimmsten mittelalterlichen Massakern nicht nachsteht, sie eher übertrifft. 299 serbisch-orthodoxe Kirchen wurden nun in unabhängigen Kroatien ausgeraubt, vernichtet, viele auch zu Warenhäusern gemacht, öffentlichen Toiletten zu stellen. 240.000 orthodoxe Serben hat man zum Katholizismus zwangsbekehrt und ungefähr eine Dreiviertelmillion orthodoxe Serben ermordet. Man erschoss sie nassenweise, erschlug sie mit Äxten, warf sie in Flüsse, in Abgründe ins Meer. Man massakrierte sie in sogenannten Gotteshäusern, 2000 Menschen in der Kirche von Klina. Man fand dort später aufgespießte Kinder mit noch vor Schmerz gekrümmten Glitern. Man folterte die Serben, bevorzugt bei nächtlichen Orgien, schnitt ihnen die Kehle durch, man pfehlte, vierteilte sie, hingelegentlich ihr Fleisch in Metzgerläden. Man stach ihnen lebend die Augen aus, schnitt ihnen lebend die Nasen, die Ohren ab, man begrub sie lebendig, man erwürgte, köpfte, kreuzigte sie. Die Italiener fotografierten einen Mordbuben des Pavelitsch, der um seinen Hals zwei Ketten aus menschlichen Zungen und Augen trug. Auch fünf Bischöfe und mindestens 300 Priester der Serben hat man geschlachtet, zum Teil auf fürchterliche Weise, wie den Bogen Blanco Dr. Savjevic, dem man Haar und Bart ausriss, die Haut abzog, die Augen heraussebelte, während man seinen kleinen Sohn vor ihm buchstäblich in Stücke schnitt. Der 80-jährige Metropolit von Sarajevo, Peter Asimovic, wurde erwürgt, in das der katholische Erzbischof der Stadt Oten zu Ehren des Pavelitsch, des angebeteten Führers schrieb und in seinem Diözesanblatt die revolutionären Methoden wörtlich zum Dienst der Wahrheit, der Gerechtigkeit und der Ehre pries. Dem 81-jährigen Bischof Blatov aus Bania Luka beschlug man die Füße wie einem Pferd, verstümmelte entsetzlich seinen Kopf und setzte seine Brust in Flammen. In Zagreb, wo der katholische Primas Stepinac und der gebsliche Legat Marconi residierten, folterte man den orthodoxen Metropoliten Dossidei, dass er wahnsinnig wurde. Die katholischen Schlachtfeste in Großkroatien waren so grauenhaft, dass es selbst italienischen Faschisten schockierten, dass sogar hohe deutsche Stellen protestierten, Diplomaten, Generäle, noch der Sicherheitsdienst der SS und Nazi-Außenminister von Ribbentrop. Ja, wiederholt griffen, produziert durch die Abschlachtung der Serben, deutsche Truppen gegen die eigenen kroatischen Verbündeten ein. Und dieses Regime, Wahrzeichen und Kampfmittel, Bibel und Bombe nebeneinander, war von seiner ersten bis zu seiner letzten Stunde ein durch und durch katholisches Regime und engstens mit der römisch-katholischen Kirche verbunden. Sein Diktator Ante Pavilic, ebenso ins Führerhauptpartier und auf Hitlers Berghof reißend wie den Vatikan, wurde vom kroatischen Primas Stepinac ein ergebener Katholik, von Papst Bius XII. noch 1943, ein praktizierender Katholik genannt. Auf hunderten von Fotos erscheint er zwischen Bischöfen, Priestern, Mönchen, Nunn. Ein Geistlicher erzog seine Kinder, er hatte einen eigenen Beichtvater und in seinem Palast eine eigene Kapelle. Zahlreiche Kleriker gehörten seiner Partei an, den Ustaschen, die ständig die Worte Gott, Religion, Papst, Kirche im Mund führten. Bischöfe und Priester saßen im Ustascher-Parlament, Geistliche dienten als Offiziere in Babelitschleibwache, die Ustascher-Kapläne schwuren gehorsam vor zwei Kerzen, dem Kruzifix, einem Dolch und Revolver. Jesuiten, mehr noch Franziskaner, führten bewaffnete Mordbanden an, organisierten Massaker nieder mit den Serben. Sie erklärten, die Zeit gekommen für den Revolver und das Gewehr. Erklärten, es sei keine Sünde mehr, ein siebenjähriges Kind zu töten, wenn es gegen die Gesetzgebung der Ustaschen verstößt. Alle Serben in möglichst kurzer Zeit zu töten, das nannte der Franziskaner Schimitsch, ein Militärvegar der Ustaschen, wiederholt, unser Programm. Franziskaner waren auch Henker in Konzentrationslagern. Sie schossen in unabhängigen Kroatien, nur so aus dem Boden, in diesem christlichen und katholischen Staat, dem Kroatien Gottes und Marias, dem Königtum Christi, wie die katholische Presse des Landes jubelte, die auch Adolf Hitler als Kreuzfahrer Gottes pries. Das Konzentrationslager Jasenovac hatte zeitweise den Franziskaner Filippovic Majestorovic zum Kommandanten, der in vier Monaten dort 40.000 Menschen liquidieren ließ. Der Franziskaner Stipendiat Pritsitsa hat dort in einer Nacht am 29. August 1942 1.360 Menschen mit einem Spezialmesser geköpft. Nicht zufällig dankte der Primas des katholischen Gangsterparadieses, Erzbischof Stepinac, als er im Mai 1943 im Vatikan die Verdienste der Ustascher betonte, dem kroatischen Klerus, vor allem den Franziskanern. Und natürlich wusste der Primas, der Ustascher Verherrlicher, der Ustascher Militärvikar, das Ustascher Parlamentsmitglied, ebenso über alles in diesem hochkriminellen Pfaffen Dorado Bescheid, wie seine Heiligkeit Papst Pius XII. selbst, der seinerzeit den Kroaten eine Audienz nach der anderen gab. Ustascher Ministern, Ustascher Generälen, Ustascher Diplomaten. Und der Ende 1942 der Ustascher Jugend zurief, an deren Uniform das große U mit der darin explodierenden Bombe prangte, Es leben die Kroaten. Die Serben starben damals, etwa 750.000, um es zu wiederholen, oft nach grässlichen Torturen, 10 bis 15 Prozent der Bevölkerung Großkroatiens. Das Ganze von mir in dem Roboltitel, die Politik der Päpste, im 20. Jahrhundert, ausführlich dokumentiert und belegt. Und ohne Kenntnis dieses albtraumhaften Blutbads kann man die Vorgänge dort heute überhaupt nicht verstehen. Vorgänge, an denen sogar der Außenminister, der uns doch befreundeten USA, den Deutschen, das heißt der Regierung Kohl-Gengscha, eine besondere Schuld beinaß. Mehr involviert ist nur der Vatikan, der schon seinerzeit durch Papst Julius XII. nicht bloß darin, sondern in die ungeheuersten Gräuel der faschistischen Ära insgesamt derart verstrickt war, dass es, so schrieb ich vor nun bereits fast 30 Jahren, bei der Taktik der römischen Kirche nicht verwunderlich wäre, spräche man ihn heilig. Wie auch immer, der Vatikan hat sämtliche faschistischen Regime der 20er, 30er, 40er Jahre maßgeblich mit etabliert. Er hat samt seinen Bischöfen alle faschistischen Staaten von ihren Anfängen an systematisch unterstützt. Er war der entschiedene Förderer von Mussolini, Hitler, Franco, Bawelic und somit wurde die römisch-katholische Kirche auch entscheidend mitschuldig am Tod von etwa 60 Millionen Menschen, nicht zuletzt am Tod auch von Millionen Katholiken. Nicht irgendein mittelalterliches, sondern das 20. Jahrhundert ist, zumindest quantitativ gesehen, das kriminellste der Kirchengeschichte.